Hallo, hier ist wieder euer innerer Schweinehund aus Altena. Heute möchte ich euch mal einen Namensvetter vorstellen, auf jeden Fall von einer Figur. Er ist zweifacher Deutscher Meister und Juniorenweltmeister im Kraft-Reikampf. Hallo, da ist Alex! Applaus, Applaus, Applaus! Alex, guck mal auf den Bauch! Alex, sag mal, magst du mich? Magst du mich? Ja. Liebst du deine Frau? Ja. Also Alex sollte in seinem Fall dankbar sein, dass er eine Frau hat. Alles schön. Schöne Grüße aus Altena, euer Softie-Schwein, hätte ich fast gesagt. Tschüss!